Wuhuhuhu! Hahaha! Na, grüß! Wuhuhuhu! Ah, ist okay. Ach du Scheiße! Was ist denn da passiert? Kommt mit! Tre ragazzi in auto al ritorno dalle vacanze. Per caso si imbattono in un incidente stradale mortale, fermano la loro auto, scendono e iniziano a riprendere tutto condividendo foto e video sui social. È il video virale in Germania di una campagna che vuole contrastare il fenomeno del voyeurismo degli incidenti che spesso a sua volta causa problemi ai soccorritori. Zieh mal auf! Die behindernden Einsatz! Zurücktreten! Wir wollen doch nur mal schauen, was los ist, Mann! Jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße! Ganz ruhig bleiben! Wir wollen doch nur gucken, was hier los ist! Zurücktreten! Wir wollen euch vielleicht vorstellen! Droom! Tommor! 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 Krass, so was schickst du deiner Mutter? Tommor! Es hat ihr wohl die Sprache verschlagen, ich ruf sie mal an. Die Sprache verschlagen, ich ruf sie mal an.